Hallo Leute, herzlich willkommen bei Road Rarities. Ich befinde mich hier in Forchdorf im Motorradmuseum, wo ein Meet & Greet von ehemaligen Motorradrennfahrern, Motorradexperten stattfindet. Und wieso bist du heute der wichtigste Mann? Weil das eine heiße Veranstaltung wird und ich sei es habe. Viele, sehr viele Motorradfreunde sind mit ihren Motorrädern gekommen, aber auch einige mit ihren Autos. Manche aber auch mit ihren Traktoren, so wie der Traktorgruppe Poytan. Und auch einige Trikes waren zu sehen. Die Bühne hätte es zum Einstütz gebracht. Das NSU-Kettengrat. Aber vorgeführt dürfte es werden. Das Monstrum hat eine Straßenzulassung und ist angemeldet. Ein buntes Treiben am Besucherparkplatz. Eine wildgewürfelte Mischung aller Baujahre, Marken, Typen und Arten. Auf der Bühne wurden mehrere Schwerpunkte thematisiert. Der Schwerpunktbuch, welcher auf die aktuelle Sonderausstellung im Motorradmuseum Forchdorf hinweist. Zur Präsentation des neu erschienenen Buches Motorrumi, Roller und Renner aus Künstlerhand von Hannes Denzel, präsentierten sich zehn italienische Rumis des italienischen Herstellers, Musikers, Malers und Bildhauers Donino Rumi. Das spezielle Motto der Marke Honda lautete Honda Cup. Eine Reminiszenz an die von 1979 bis 1998 ausgetragene Rennsee-Array. Extra aus dem Ausland angereist sind Alfred Ganglberger Junior, der Sohn des Honda Cup Erfinders und Tsukigeki Iwama, Chief of Honda Central Europe. BMW stellte heuer ein gutes Dutzend aktueller Maschinen für halbstündige Testfahrten zur Verfügung. Das war's, das war's, ganz toll. Zu sehen war dann auch noch die Superbike-Stunt-Show mit Hunzon. Der Schwerpunkt, die Marke Rotax, die ihren 100-jährigen Geburtstag nachfeierte, verbunden mit der Eröffnung der umfangreichen Sonderausstellung im Motorradmuseum Fauchdorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Applaus, was jetzt kommt, der geht an dir und deiner Blut. Bravo! Vorsicht! Jawohl! Danke, Markus. Die Kuhkaststöne wird nur bei der Herse, bitte nehmen, auf der kommt, auf der herankommt. Bravo! Da macht Kiel, die nach Barsch ist. One off-mair, one hit-for-seher. Mit Bukhärm. Ich sag's mal hier. Mach die Warte. Hey. Höchst! Geheber! Bravo! Ja, klar! Hier hat sich das Ende von den anderen Vorderländen nur noch mal nach Schrauben und auch die Aktionen ohne den Motorrad festgelegt Und nächstes Jahr gibt es zwei ganz spezielle Jubiläen zu feiern 70 Jahre KTM und 100 Jahre BMW Coming soon